Hallo, liebe Krebse, herzlich willkommen zu eurem allgemeinen Reading über den Januar 2022. Ja, 2022, das neue Jahr, steht kurz vor der Tür im Prinzip, als dieses Video hier veröffentlicht wird. Ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit für diejenigen unter euch, die Weihnachten feiern. Ich wünsche ein besinnliches, ein gesegnetes Weihnachtsfest für euch. Sofern dies möglich ist, natürlich auch im Kreise eurer Liebsten und auch natürlich angesichts des voranschreitenden neuen Jahres wünsche ich euch einen guten Rutsch, wie man immer so gerne sagt, und ein wunderbares, ein schönes, ein gesundes neues 2022 natürlich. Ihr findet auch nochmal angesprochen alles, was euch interessieren könnte, unten in der Infobox. Auch dort habe ich das neue Jahresreading für 2022 rein. Falls ihr es noch nicht gesehen habt und gerne möchtet, schaut euch das gerne an. Der Link befindet sich unter anderem in der Infobox, wie auch Social-Media-Links, Info- und Special-Videos. Die Karten, die ich in meinen Readings verwende und natürlich auch das weiterführende Reading über diese Legung, könnt ihr euch unten in der Infobox im Resonanz- und im Interessensfall natürlich gerne ansehen. Liebes Schicksal, bitte gib mir Einsicht in den Januar 2022 meiner Kreise. Tiefes Wissen ist eine Hauptenergie, die tiefes Wissen auch schon vorprognostiziert. Man sieht es hier auch schon an diesem Doppelmond, hier und hier, und auf dem einen Mond sitzt eine Eule. Der Mond, von den Tarotkarten her gesprochen, hat etwas mit dem Unbewussten, dem Unklaren, teilweise auch mit Ängsten, vor allem aber mit Geheimnissen zu tun. Die Eule, natürlich auch etwas mit Weisheit, ist aber auch eine Kommunikations-, ja, nicht Karte, aber sie deutet auf Kommunikation hin, wie es jedes Vogeltier im Prinzip im Tarot tun kann. Tiefes Wissen wird hier potenziell erlangt werden von euch oder von einem Menschen in eurem direkten Umfeld, potenziell über eine ganz bestimmte Situation, über die man sich im Moment noch im Unklaren ist. Es kann sich hier natürlich auch auf Zwischenmenschliches beziehen, wie man nicht weiß, wie jemand über einen selbst denkt, beziehungsweise wie es jemandem geht oder was seine oder ihre Intentionen sind. Das werde ich natürlich noch weiter eingrenzen möchten im Reading. Denn tiefes Wissen ist hier definitiv eine Energie, bei der vieles ans Licht kommen könnte, einige Geheimnisse gelüftet werden können. Die Zahl 43 könnte eine Zahl von tieferer Bedeutung für euch sein im Januar, vielleicht auch nur die 4 oder nur die 3. Möglicherweise auch natürlich die Quersumme 7. Das wisst ihr natürlich selbst besser als ich, liebe Krebse. Aber ich bin mal sehr gespannt, wo es hier tatsächlich tiefes Wissen zu erlangen geben könnte. Liebes Schicksal, bitte gib mir weitere Einsicht in den Januar 2022 meiner Krebsen. Die 4 der Kelche. Bei den 4 der Kelchen dreht es sich oftmals um verpasste Chancen, beziehungsweise um Kelche, die angeboten werden, dennoch aber nicht angenommen, vielleicht auch gar nicht gesehen werden tatsächlich. Dieser Mensch hier sitzt vor seinem Baum im Schneidersitz, beobachtet hier seine 3 Kelche hier unten. Und dieser 4. Kelch im Hintergrund, entweder nimmt er ihn nicht wahr, oder er ignoriert ihn absichtlich. Eins von diesen beiden Dingen kann es hier sein, vor allem dann, wenn man die Deutungsvariante, das Ablehnungsthema, darauf beziehen möchte. Es kann sehr, sehr gut sein, dass euch hier ein Kelch gereicht werden könnte, den ihr A, absichtlich ablehnt, B, nicht sehen könnt. Oder es kann genau andersrum sein, dass ihr jemandem sozusagen diesen Kelch anbietet oder schon bereits angeboten habt, der oder diejenige diesen Kelch aber entweder gar nicht gesehen hat oder nicht wahrgenommen hat. Ich meine, es ist hier das klassische Ablehnungsthema. Ungenutzte Chancen, ungenutzte Potenziale, kann man auch sagen. Vor allem auf die zwischenmenschliche Situation ist das oftmals zu beziehen. Es kann sich hier auch um Chancen im Hintergrund handeln. Das hat aber dann eher etwas mit Arbeit zu tun, Finanzen, möglicherweise auch Gesundheit zu tun. Das muss ich noch weiterhin eingrenzen. Wie geht es weiter? Der König der Schwerter. Hier haben wir schon mal direkt eine Hofkarte im Luftzeichen in dem Sinne. Es könnte hier Waagezwilling Wassermann sein, es kann aber auch genauso gut eure eigene Energie sein. Definitiv ist dies eine Person, die sehr viel Kopfenergie betreibt beziehungsweise Kopfarbeit leistet. Diese Person kann etwas teilnahmslos wirken, kann etwas kaltherzig wirken beziehungsweise etwas uninspiriert tatsächlich. Was dieser König der Schwerter oder was ihn auch auszeichnet ist, dass dieser Mensch sehr wohl durchdachte, gut durchdachte und auch sehr gute Entscheidungen trifft und von diesen getroffenen Entscheidungen im Prinzip durch nichts aus der Welt abzulenken oder abzuwenden ist. Wie geht es weiter? Der Teufel. Der Teufel hat sehr viele Deutungsvarianten. Es kann sich hier um Ängste drehen, es kann sich um Süchte, um Anbindungen handeln, es kann sich hier auch um Lügen handeln, um Betrug handeln tatsächlich. Teilweise um Krankheit. Der Teufel steht hier in der Mitte des Readings als potenziell, ich nehme an, dass er tatsächlich etwas mit der Angst zu tun haben könnte, aber da steckt noch ein bisschen mehr dahinter, so wie ich ihn hier wahrnehmen kann. Möglicherweise habt ihr es auch mit einem Menschen zu tun, der Fluch und Segen zugleich für euch sein könnte, liebe Krebse. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen durch den Teufel hier. Weiterhin meine ich, dass dies eine Person ist, die euch sozusagen im Kopf herumspukt, kann man sagen. Das ist so jemand, von dem ihr eure Gedanken nicht entreißen könnt. Auch wenn ihr euch versucht abzulenken, auch wenn ihr versucht, eure Gedanken auf etwas anderes zu konzentrieren und fokussieren, es scheint hier einen Menschen zu geben, der immer wieder eure Gedankenwelt vereinnahmen könnte. Eine gewisse Abhängigkeit, ich würde jetzt noch nicht von Koexistenz hier reden, aber eine gewisse Abhängigkeit, im ganz Besonderen auch eine Sucht tatsächlich, kann ich darin erkennen. Wie geht es weiter? Die Königin der Kelche. Liebe Krebse, das ist eure Karte, das ist eure Energie. Ich sehe euch auch tatsächlich immer in der Königin der Kelche und das ist zweifelsohne eure Energie hier. Somit ist dieser König der Schwerter hier aber nicht eure Energie. Ihr spiegelt hier auf eine ganz gewisse Person. Ihr habt hier als Königin der Kelche einen Kelch in der Hand, den ihr jemandem offerieren könntet, der aber auch tatsächlich in gewisser Weise, und das ist sinnbildlich gesprochen, euer Herz darstellt, liebe Krebse. Als die Königin der Kelche ist man sich seiner oder ihrer Gefühle komplett bewusst. Man versucht sich diesen nicht zu entziehen, man verweigert sie nicht, man verneint sie nicht, versucht sie auch nicht tot zu schweigen. Und einige von euch haben sich in der Vergangenheit, von der Vergangenheit sprechend, sich einem ganz bestimmten Menschen bereits entweder verschrieben oder ausgesprochen. Also man hat hier so eine Art Liebesgeständnis bereits hinter sich bekommen. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass diese Art Coming Out, dass dieses Bekenntnis zu einem Menschen oder das Äußern von Emotionen mit diesem vierter Kelchen dargestellt ist. Man reichte hier jemandem einen Kelch, in dem Fall einem König der Schwerter. Und ich meine tatsächlich, dass dieser König der Schwerter entweder für diesen Kelch keine Augen hatte, keine Emotionen hatte, möglicherweise aber auch, ja, dies nicht als wichtig erachtete. Das ist der Kaltherzigkeitsaspekt des Königs der Schwerter. Ich kann mir aber auch sehr, sehr gut vorstellen, dass die Liebe an sich oder eine liebestechnische Angelegenheit zu der Zeit nicht in dem Plan und nicht in das Schema eines Königs der Schwerter fallen konnte. Und der Teufel ist hier vorherrschend, weil es euch bislang nicht gelungen ist, hinter die Entscheidung zu blicken, euren Kelch abzulehnen, liebe Krebse. Das sieht man hier sehr, sehr deutlich. Bitte bedenkt aber, dass auch in einem allgemeinen Reading die Rollen vertauscht sein können. Es kann genauso gut sein, dass euer Gegenüber euch in der Vergangenheit einen Kelch angeboten hat, den ihr aber entweder nicht gesehen habt oder mit Absicht abgelehnt habt. Es kann vice versa tatsächlich sein. Jedoch ist dieses Ablehnen eines Kelches, diese verpasste Chance, diese ungenutzte Chance, einer von euch beiden merkt hier definitiv, dass zwischen euch beiden mehr ist, dass es mehr wert ist, darum zu kämpfen, das ist definitiv nicht die Absicht von einem von euch beiden, das Buhlen, das Versuchen, den Gegenüber zu erobern, den Gegenüber für sich zu gewinnen, dass dies dann tatsächlich so etwas Wichtiges für euch darstellt. Das ist jetzt nicht diese Art von Situation, wie, ja, mein Gegenüber wollte den Kelch nicht, sei es drum, gebe ich es halt jemand anderem. Das ist hier definitiv nicht so eine Situation. Hier steckt etwas Größeres dahinter, definitiv ist das von einem von eurer beiden Seiten so interpretiert. Da aber der Kelch hier potenziell weiterhin abgelehnt wird oder seitdem ein neuer Kelch noch nicht angeboten wurde, ist hier der Teufel noch vorherrschend. Hier stimmt tatsächlich etwas nicht. So könnte man es kurz ausdrücken, obwohl das natürlich extrem allgemein formuliert ist. Wie geht es hier weiter? Die fünfte Kelche. Wir haben hier einen Sprung von vier auf fünfte Kelche. Es ist hier Reue, es ist Verlust, es ist möglicherweise auch der falsche Fokus dargestellt. Bei den fünften Kelchen spricht man oftmals von der Reue und vom Verlust. Ich kann mir hier sehr, sehr gut vorstellen, dass einer von euch beiden die Art und Weise, wie man in der Vergangenheit sich gegenüber präsentiert hat, eventuell etwas bereuen könnte. Es kann sein, dass einige von euch, und das kommt jetzt sehr darauf an, wer hier wem dem Kelch angeboten hat in der Vergangenheit, bitte dreht es euch dann richtig herum, wenn es hier für euch resoniert, die Königin der Kelche hat hier den Kelch angeboten, jemanden, der den Wert dieses Kelches nicht erkannt hat. Ich meine aber, dass hier auch in gewisser Weise der falsche Fokus dargestellt ist, und zwar seitens des Königs der Schwerter. Der falsche Fokus in dem Sinne, ich meine, dass dieser Mensch diesen Kelch immer noch nicht adäquat gewichtet, tatsächlich. Das ist beispielsweise ein Mensch, dem die Arbeit gerade wichtiger ist, dem die Familie wichtiger ist, dem er selbst wichtiger ist. Etwas anderes hat sein oder ihr Hauptaugenmerk, sein oder ihren Fokus, und das ist scheinbar momentan nicht dieser Kelch, war es auch nicht in der Vergangenheit. Die Sechs der Schwerter. Ein Auf zu neuen Ufern kann hier oftmals dargestellt sein. Sorry, ich glaube, meine Katze hat gerade irgendwas runtergeschmissen. Ein Auf zu neuen Ufern kann hier oftmals dargestellt sein. Es scheint hier sich um die Zukunftsplanung, um das Vorausdenken zu drehen bei den Sechs der Schwertern. Und ich kann mir hier sehr, sehr gut vorstellen, dass einige von euch mit dem Gedanken spielen, diesen Menschen tatsächlich sein zu lassen, in Ruhe zu lassen, sozusagen, weil man eben nicht vorankommt. Der Teufel hier ist sehr stark in der Mitte aktiv. Das heißt, es ist ein Umstand, den man versucht zu korrigieren, versucht, richtig zu stellen. Man hat aber absolut keinen Plan, wie man das anstellen soll. Es ist sozusagen eine aussichtslose Situation. So könnte sich dies für den ein oder anderen von euch tatsächlich anfühlen. und das kann, und vor allem, wenn es schon länger so geht, auch dazu führen, dass man sich umorientiert. Eine mögliche Umorientierung ist hier im Outcome dargestellt. Das ist zunächst einmal Gedankenkraft, das ist noch keine physische Kraft. Ich sehe hier noch kein Wegbewegen, aber das darüber nachdenken. Eine Klärung zu den vier der Kirche. Das ist die Sonne. Die Sonne hat etwas mit der Freiheit zu tun, auch oftmals etwas mit der Befreiung zu tun. Ich kann mir hier einen freudigen Umstand vorstellen, eine Art Freiheit, eine Art Befreiung, die man hier tatsächlich erzielen möchte. Ich meine auch, dass durch die Sonne auf die vier der Kirche dieser Kelch, der hier gereicht wurde und potenziell meine ich, dass der von euch kam, auch tatsächlich extrem aufrichtig war. Ich kann mir hier wirklich ein aufrichtiges Angebot vorstellen, ein ehrliches Angebot. Das hat hier nichts etwas mit einem One-Night-Stand oder etwas derartiges zu tun, auch keine Affäre oder etwas derartiges. Das hatte hier schon Hand und Fuß, dieses Angebot. Das war definitiv vom Herzen kommend. Und man kann hier tatsächlich sagen, man hat jemandem sein Herz angeboten, weil das ist hier wirklich, also so einen Kelch, den hat man normalerweise anzunehmen, um es mal so auszudrücken. Da der aber abgelehnt wurde, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es einem von euch beiden eine Zeit lang aufgrund dieses Ablehnungsthemas tatsächlich nicht sehr gut ging. Ich meine, das ist nachvollziehbar natürlich, wenn einem der Kelch abgelehnt wird sozusagen, aber ich glaube auch, dass dieser Mensch hier in der Konjunktion zum Ritter der Schwerter doch nicht sonderlich glücklich war über seine oder ihre Entscheidung. Ich meine, es gab hier einen Konflikt, eventuell ist es auch jener Konflikt, über das ihr versucht, dieses tiefe Wissen tatsächlich zu erreichen und zu erringen, das diesen Menschen dazu getrieben hat, euren Kelch abzulehnen zu gegebener Zeit. Eine Klärung zum König der Schwerter. Die Königin der Schwerter. Also wir haben hier ein Powercouple direkt aufeinander. Die Königin der Schwerter und der König der Schwerter. Beides Kopfmenschen tatsächlich, beide sehr in ihrem Kopf unterwegs und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, liebe Krebse, dass mindestens einer von euch beiden, potenziell aber ihr beide, die Sache zu gegebener Zeit zwischen euch beiden stark durchdacht habt. Viel Vorausplanung fand hier statt auf beider Seiten, viel Analyse sozusagen, also diese Frage, könnte das zwischen uns beiden klappen? Kommen wir damit zurecht? Kommen wir miteinander klar auch wirklich auf längere Zeit gesehen? Ist es kompatibel? Es ist sehr, sehr viel Gedankenkraft hier auf jeden Fall am Werk gewesen. Ich habe aber, da es hier eben ein Powercouple auch ist, zwei Menschen, die wirklich gut miteinander zurechtkommen, bei denen wirklich, um es so zu sagen, die Chemie stimmt einfach. Und das sieht man auch hier in der Sonne, ganz, ganz klar. Aber dieser Mensch war und ist eventuell auch noch so stark in seinem Kopf, zerdenkt diese Sache, analysiert diese Sache und je mehr man darüber nachdenkt, desto mehr Ängste machen sich breit, desto mehr unsicher ist sich dieser Mensch bezüglich der gemeinsamen Zukunft, wie man sie auch hier tatsächlich ebenso erkennen kann. Eine Klärung zum Teufel. Die Zwei der Stäbe. Bei den Zwei der Stäben handelt es sich um einen längeren Zeitraum, der hier umfassend dargestellt ist. Dieses Angebot kann eine ganze Zeit lang her sein und da rede ich von Monaten bis Jahre. Weiterhin, die Zwei der Stäbe hat aber auch einen Zeit lang, einen sehr längeren Zukunftszeitraum tatsächlich als Deutungsvariante und das ist die absehbare Zeit, kann man auch sagen. Zwei der Stäbe auf den Teufel. Es ist hier eine Art von Energie, wo man nicht weiß, wie lange befindet man sich noch in diesem Zyklus, wie lange befindet man sich noch in dieser Unwissenheit, in dieser Ungewissheit beziehungsweise in der Trauer oder in dem Schmerz, in der sich einer von euch beiden befindet. Der Teufel hat hier tatsächlich mehrere Deutungsvarianten und für euch stellt dies eher eine Art Frustration da, eine Art Uneinsichtigkeit, da, ich meine hier wirklich zwei Menschen entdeckt zu haben, die zueinander passen, die einen Draht zueinander haben, wo die Chemie stimmt. Wenn man das von außen betrachtet und das werden Freunde und Familienmitglieder genauso sagen können, funktioniert einfach alles, sieht das so harmonisch aus, sieht das kompatibel aus, passt ihr beide einfach zusammen. zusammen. Es liegt aber daran, es liegt hauptsächlich an diesem Menschen hier, am König der Schwerter, an der starken Kopfperson, die bei ihren Gedankengängen wird sich das auszahlen, ist das kompatibel zwischen uns beiden, was passiert, wenn das, 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 das passiert und das mischt sich dann mit der Angst, mit der Unvorhersehbarkeit, vielleicht ist das auch ein großes Risiko, was dieser Mensch mit dem Ja zur Beziehung sagen, eingehen würde. Das ist auch mit den zwei Stäben dargestellt. Es gibt hier den einen Weg und es gibt den anderen Weg. Der eine Weg ist, sich darauf einzulassen, der andere Weg ist, sich nicht darauf einzulassen und bislang hat sich der König der Schwerter hier für den wohl anderen Weg entschieden und ihr, liebe, liebe Krebse, als die Königin der Schwerter habt einen sehr, sehr starken Fokus auf diese zwei der Stäbe, das sieht man hier auch in der Ausrichtung und was euch vor allem keine Ruhe lassen könnte, ist die Frage nach dem Warum nimmt mein Gegenüber den Kelch nicht an? Denn viele, fast schon alle Anzeichen, und ich sehe es hier sehr deutlich drin, deuten darauf hin, dass dieser Mensch den Kelch gerne annehmen würde, aber etwas scheint ihn davon abzuhalten und dieses Etwas ist hier im Teufel dargestellt. Eine Klärung zu der Königin der Kelche Der Turm Der Turm hat etwas Plötzliches, etwas Schicksalhaftes an sich, das ist eine Überraschung, es kann sich hier um eine plötzliche Entscheidung auch drehen und handeln. Mit dem Turm und dem Teufel in der Konjunktion hat man Befürchtungen, hat man Ängste beziehungsweise fast schon Panik tatsächlich. Man kann hier von Panik reden, die aber potenziell einer von euch beiden hier empfinden könnte. Ich sehe den Turm auf euch geklärt und auf euch spiegelnd, liebe Krebse. Es kann sehr, sehr gut sein, dass es hier zu einem Turm Moment kommen könnte, potenziell im Januar, bitte bedenkt, dass die Zeit fließend ist. Ich bin hier sehr gespannt, was mir jetzt dann später der Turm in der Erklärung sagen kann. Zunächst nochmal die 5. K. Eine Erklärung. Die 3 der Stäbe. Es gibt hier Grund zur Hoffnung durch den Turm. Die 3 der Stäbe repräsentieren Hoffnungen, sie repräsentieren Erwartungen beziehungsweise eine gewisse Erwartungshaltung auch. Und diese Erwartungshaltung kommt von euch aus. Ich sehe hier drin Optimismus, warum? Weil die Spiegelung auf die Sonne, die ebenso die Deutungsvariante Optimismus hat, tatsächlich dann doppelt verstärkt ist. Und eine Reue, einen Verlust, eine Trauer, die potenziell gerade vorherrschend ist, angesichts dieser Situation, die wird sich durch diesen Turm hier, und das wird etwas Einschlägiges sein tatsächlich, wird sich hier in eine Art Hoffnung oder einen Hoffnungsschimmer verwandeln. Etwas wird euch Anlass zur Hoffnung geben angesichts dieses Menschen, angesichts eures Kelches, beziehungsweise eben das Zusammenkommen, beziehungsweise eben das doch Annehmen des Kelches. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Es ist hier eine sehr verzwickte Situation, in der hier potenziell zwei Menschen tatsächlich extrem gut zusammenpassen würden, wenn denn der eine von euch beiden, und wie gesagt, die Rollen können vertauscht sein, nicht zu viel darüber nachdenken würde, soll ich jetzt annehmen oder soll ich nicht annehmen, denn je mehr und je länger und je intensiver dieser Mensch darüber nachdenkt, desto mehr und mehr gerät er in Angst, gerät er in Unabsehbarkeit, gerät er auch tatsächlich in so etwas wie Unvorhersehbarkeit und alles, was dieser Mensch nicht vorhersehen kann oder könnte, macht ihm tatsächlich Angst. Das kann ich mir hier sehr, sehr gut vorstellen. Ich bin mir hier sehr sicher, dass es einen Grund zur Hoffnung geben wird durch den Turm, den ich dann gleich klären möchte natürlich. Die Acht der Stäbe ist hier im Outcome, deutet auf ganz klassisch Kommunikation hin, Korrespondenz kann das auch sein. Es wird hier zu Gesprächen kommen, es wird hier zu wahrscheinlich einigen intensiven Gesprächen kommen, wenn ich mir das so ansehe und das ist hier auch notwendig, denn ohne Gespräche, ohne Einblicke, ohne Klarheit bekommt man dieses tiefe Wissen hier nicht. Und dieses tiefe Wissen bezieht sich vorrangig darauf, auf die Frage, wenn denn alles so schön scheint. Und es scheint hier wirklich zwischen euch beiden, zumindest in der Vergangenheit, ich meine, es ist potenziell auch jetzt im Moment immer wieder der Fall, dass es einfach so gut ausschaut, dass man nicht nachvollziehen kann, warum dieser Mensch hier den Kelch nicht annimmt. Und ich glaube, das ist dieser Umstand, den ihr gerne A erklärt bekommen möchtet, das könnte hier passieren tatsächlich, beziehungsweise wollt ihr einfach nur nachvollziehen können, warum. Eine Klärung zur Sonne. Das ist das Gericht. Beim Gericht redet man von Auferstehung, Auferweckung, man sagt auch Ruf des Schicksals folgen, man sagt Judgment Day dazu und ich kann mir hier wirklich ein angestrebtes Ereignis vorstellen. Es ist hier etwas, was im Terminkalender tatsächlich schon markiert werden könnte, etwas, was angestrebt ist, so eine Art Deadline kann ich mir hier vorstellen. Und diese Deadline hier scheint mir schon überschritten worden zu sein, dass man sich beispielsweise gesagt hat und das ist nur ein Beispiel, ich warte jetzt noch bis Ende des Jahres und wenn mein Gegenüber dann nicht auf mich zukommt, wenn mein Gegenüber dann auch noch nicht in der Lage ist, diesen Kelch anzunehmen oder mir wenigstens adäquat erklären zu können, warum er oder sie nicht möchte, dann suche ich mir etwas anderes, dann lasse ich ab von ihm oder ihr, dann widme ich mich wieder mehr mir, mehr meinem Hobby, mehr meiner Familie, mehr etwas anderem. So eine Art Deadline kann hier von eurer Seite aus gesetzt worden sein. Das sieht man hier in der Spiegelung sehr deutlich mit dem Ablehnungsthema beziehungsweise dem vierten Kelch eben, diesen ungenutzten Chancen und dem ungenutzten Potenzial, welches man bislang optimistisch entgegengestimmt hat. Man hat jemanden seine Freiheit gelassen, man hat jetzt niemanden dazu gedrängt, sich entscheiden zu müssen. Das habt ihr hier nicht getan, aber ihr habt euch diese Frist sozusagen selbst gesetzt, liebe Krebse. Viele von euch haben das getan, aber nicht an den Gegenüber hin. Man hat jetzt hier nicht gesagt, du hast bis Ende des Jahres Zeit, mir entweder Ja oder Nein zu sagen. Man hat sich selbst gesagt, ich warte noch bis da und dahin und dann schaue ich weiter. Man hat es hier absichtlich eine Zeit lang ruhen lassen, eine Zeit dem Gegenüber gewährleistet, um sich klar zu werden über das, was er oder sie möchte und nicht möchte und daraufhin entweder, und hier sind wir wieder bei diesen zwei Wegen, Ja zu sagen oder Nein zu sagen, aber dies deutlich. Und ich meine tatsächlich, dass viele von euch momentan eher zum Nein tendieren, eher meinen, dieser Mensch sagt Nein, dann und in dem Fall würdet ihr gerne erklärt bekommen, warum. Absolut nachvollziehbar, ich wäre tatsächlich genauso. Dass es hier aber einen Turmmoment gibt, der wird euch wieder zur Hoffnung veranlassen und dieser Turmmoment, ich bin hier sehr gespannt, aber zunächst hier, Königin der Schwerter, die Neun der Stäbe. Es ist so oft bezeichnend tatsächlich für genau so ein Thema hier, dass jemand den Kelch nicht annehmen möchte, potenziell aus Zweifel, potenziell aus Angst oder Unvorhersehbarkeit, Unsicherheit, weil hier etwas in der Vergangenheit passiert sein könnte. Neun der Stäbe, ganz klassische Vergangenheitskarte, ist man sagt auch teilweise Traumakarte dazu und bei den Neun der Stäben in der Spiegelung auf den König der Schwerter kann es sehr, sehr gut sein, dass diesen Menschen in der Vergangenheit sehr wehgetan wurde. Man sagt der verwundete Krieger, man sagt hier Wunden aus der Vergangenheit beziehungsweise etwas Unverarbeitetes und das kann zwischen euch beiden etwas gewesen sein, ein Vorfall gewesen sein, den ich jetzt hier nicht weiter klassifizieren kann, leider. Aber ich meine eher, dass es im privaten, im persönlichen Umfeld eures Gegenübers etwas gab, was ihn oder sie seither dazu veranlasst, einem solchen Kelch, wie er hier dargeboten ist, sehr, sehr zweifelhaft entgegenzuschauen. Das ist so einem, einem wurde hier das Herz gebrochen, einem wurde hier jegliche Hoffnung geraubt sozusagen. Eventuell, und das ist sehr speziell, gehört das Herz dieses Menschen noch jemanden anderes außer euch. Und dieser Mensch ist nicht in der Lage, euch sein Herz zu geben, sprich auf diesen Kelch einzugehen, weil er es nicht besitzt, um es wörtlich oder näher, wörtlich ist es nicht, aber bildlich, um es bildlich darzustellen. Dieser Mensch benötigt sein Herz zurück, um es jemanden anderem wiederzugeben. Eine Klärung zu den zwei der Stäben. Der Herrscher. Es kommt hier einzig und allein auf euren Gegenüber an, liebe Krebse. Ihr habt euer Nötigstes getan, ihr habt euer Möglichstes getan. So kann ich es tatsächlich auch ausdrücken. Es kann hier sehr, sehr gut sein und es ist hier in der Spiegelung sehr, sehr gut zu sehen, dass ihr es mit einem Menschen zu tun habt, der tatsächlich unter Druck nicht in der Lage ist, eine Entscheidung zu fällen. Das zum einen. Zum anderen ist das jemand, der ständig und stets nur an sich denken könnte. Ich mag das Wort nicht. Man sagt Emperor auf Devil, also Herrscher auf Teufel. Das kann ein Narzisst sein. Das muss kein Narzisst sein. Natürlich nicht. Aber mit dem Herrscher auf den Teufel ist hier jemand dargestellt, der zunächst einmal wirklich sehr große eigene Baustellen hat, die er oder sie noch nicht in der Lage war, abzuschließen. Weil es ist hier augenscheinlich und nach außen hin oder von außen betrachtet, ist das hier so was von funktionstüchtig zwischen euch beiden. Wenn man euch beide sieht, dann könnte man sowieso schon denken, dass ihr beide zusammen seid. Ihr passt optisch, ihr passt charakterlich, ihr passt wissentlich vom Kopf her, ihr passt sehr, sehr gut zusammen. Und das ist ein Umstand, der euch beiden bewusst ist, liebe Krebse. Vor allem für diejenigen, für die das Reading hier natürlich resoniert, ist euch dieser Umstand bewusst. Ergo ist es euch aber nicht nachvollziehbar, warum man diesen Kelch nicht annimmt. Und darüber ein tiefes Wissen erlangen zu wollen, ist völlig nachvollziehbar. Und ich meine auch, dass der Gegenüber sich dazu durchringen wird, euch das adäquat zu erklären. Ich meine aber auch, dass dieser Mensch sich seiner Sache noch nicht sicher ist, ob ja oder ob nein. Ich meine, und ja, das ist leider der Fall, aber es liegt so hier, dass der Gegenüber Zeit benötigt. Eine Klärung zum Turm. Die Liebenden. Wow. Es ist hier ein einschlägiges Erlebnis. Es ist ein einschlägiges Ereignis, welches hier durch den Turm dargestellt ist, liebe Krebse. Dieses einschlägige Ereignis hat etwas direkt zwischen euch und diesen Menschen zu tun. Hier seid ihr in der Spiegelung, weil ihr gegenüber sind Trigger und in der Konstellation. Es hat etwas mit euch beiden zu tun. Und ich kann mir hier sehr, sehr gut eine Art eine Art heiß und kalt vorstellen. Aber dann, wenn es zwischen euch beiden ein heiß und kalt gibt, wenn euch also heiß und kalt werdet ihr, denke ich, kennen. Das sind auch diese zwei Wege. Das sind diese zwei Gesichter vom Gegenüber aus mal heiß, mal kalt. Mal seid ihr sozusagen das Höchste aller Dinge und mal seid ihr euch nicht mal eine SMS wert. Beispielsweise. Also mal werdet ihr so behandelt, mal werdet ihr so behandelt. Wenn ich hier dieses heiß und kalt tatsächlich für viele von euch erkennen kann, kann ich hier sehr, sehr gut annehmen, dass durch diesen Turm hier mit den Liebenden geklärt auf euch gespiegelt etwas sehr, sehr Heißes passiert. Und zwar wirklich so etwas wie ein Höhenflug. Das kann hier etwas sein, was euch fast schon schockieren kann. Aber ich sehe es im positiven Sinne. Mit den Liebenden auf den Turm, das ist ein positiver Turm. Da werdet ihr entweder so etwas wie etwas Romantisches erleben von einem Mensch, der nicht wirklich der romantischste aller Menschen ist. Etwas derartiges. Dieser Mensch wird euch im positiven, im gefühlstechnischen, möglicherweise auch im liebestechnischen Sinne sehr überraschen können zu einem gewissen Zeitpunkt, der hier potenziell im Januar stattfindet. Bitte bedenkt weiterhin, dass die Zeit fließend ist. Ich kann mir ebenso vorstellen, dass es der Gegenüber zu einem gewissen Maße schafft, über ein Ereignis, was in seiner oder ihrer eigenen Vergangenheit, persönliche Vergangenheit, nichts zwischen euch beiden, passierte hinweg zu kommen. Das sagt mir die Spiegelung hier auf den Neuen der Stäbe. Das ist das Überwinden von einem alten Traumata, einer alten Handhaftung. Und es kann hier sehr, sehr gut sein, dass er oder sie sich euch gegenüber sehr viel mehr nähern kann, sehr viel offener sich geben kann, vielleicht auch tatsächlich etwas offener zu reden, als er oder sie es bisher getan hat. Das wird ein positiver Turm hier. Eine Klärung zu den drei der Stäben. Das ist der Pasche der Münzen. Beim Paschen der Münzen handelt es sich oftmals um jemanden, der etwas wieder gut zu machen hat. Man sagt auch der Lernfleißige, der Lerneifrige tatsächlich. Es ist hier jemand dargestellt, der erwachsen werden müsste, erwachsen wird tatsächlich. Jemand, der aus vergangenen Fehlern lernt, beziehungsweise eine Entwicklung durchmacht. Und ich kann mir diese Entwicklung tatsächlich auf der Seite eures Gegenübers vorstellen, liebe Krebse. Mit dem Paschen der Münzen, ich meine, ihr erkennt das Potenzial in eurem Gegenüber. Es wird hier etwas ans Tageslicht kommen. Dieser Turm hat etwas mit dem tiefen Wissen hier zu tun. Und dieses tiefe Wissen bezieht sich für viele von euch auf ein Ereignis in der Vergangenheit des Gegenübers, welches euch erklären würde, warum dieser Mensch sich so schwer tut, auf euch sich einzulassen. Das zum einen. Zum anderen kann es hier sehr, sehr gut dieses tiefe Wissen geben, in der Hinsicht, dass dieser Mensch Zeit braucht. Dass dieser Mensch entweder, wie schon gesagt, liegt hier etwas an der Vergangenheit. Das ist für die meisten von euch, beziehungsweise für eure Gegenüber hier der Fall. Auf der anderen Seite kann das sehr, sehr gut sein, dass dieser Mensch andere Baustellen hat, die gerade entweder brennen, um es wiederbildlich auszudrücken, oder für diesen Menschen tatsächlich höher gewichtet sind. Sprechend hier vom Lernfleißigen, vom Tüchtigen. Das ist hier jemand, wie schon gesagt, der auch etwas wieder gut zu machen hat oder etwas bereinigen muss. Und in der Spiegelung auf die fünfte Kelche, der falsche Fokus. Ich kann mir hier sehr, sehr gut sagen, dass ich kann hier sehr, sehr gut für viele von euch sehen, dass dieser Mensch sich um viele andere Angelegenheiten auch zu kümmern hat. Und wenn er sich jetzt auf euch komplett einlassen würde, würde er diese anderen Dinge außer Acht lassen. Und das können in der Gewichtung von diesen Menschen sehr hochgewichtete Dinge sein. Was man hier benötigt, ist Zeit. Was man hier auch benötigt, ist Einsicht. Tiefes Wissen, welches hier potenziell mit diesem Turm euch sozusagen gewährleistet wird. Die Kraft hier ist die dritte Outcome-Karte. Es bedeutet hier, Zähne zusammenbeißen. Es bedeutet, mutig zu sein. Es bedeutet, tapfer zu sein. Beziehungsweise kann es auch sehr, sehr gut sein, dass euren Gegenüber hier... Wie sagt man denn da? Dass er oder sie so viel um die Ohren hat, gerade, dass er schlichtweg nicht den Kopf für eine liebestechnische Beziehung, liebestechnische Angelegenheit mit euch haben könnte. Eventuell fehlt ihm auch der Mut zu diesem Schritt. Das kann ich mir hier in dieser Kraft ebenso vorstellen. Ich werde mir diese drei Karten natürlich jetzt im weiterführenden Reading noch etwas genauer anschauen. Wenn ihr hiermit resoniert, liebe Krebs, wenn ich eure Situation hier aufgegriffen habe und ihr gespannt seid, wie es weitergeht, nehmt gerne das weiterführende Reading in Anspruch. Unten in der Infobox, der erste Link ist das gleich. Ist natürlich kein Muss. Ich wünsche euch nochmals eine schöne Weihnachtszeit für diejenigen, die Weihnachten feiern. Ich wünsche euch einen guten Rutsch, wie man sagt, ins neue Jahr 2022. Habt ein gesundes, schönes neues Jahr. Habt ein erfolgreiches neues Jahr. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen. Und bis dahin, macht es gut.